So, wir müssen jetzt erstmal das Inventar ausleeren. Indem wir da sowas reinmachen. Ich mache jetzt immer vier. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Da bleiben, glaube ich, drei übrig jetzt. Macht nichts. So, dann... Ah, ne, da sind da keine Werkbänke. Dann muss ich wieder nach oben. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Machen wir einfach so. Und der Rest ist jetzt nicht mehr so viel, aber macht ja nichts. Kommt auch noch in die Öfen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann hattest du doch ein bisschen weniger. Dann kriegst du noch die. So. Okay, dann können wir jetzt mit den Ziegeln weitermachen. Was kommt da jetzt raus? Ja, Ziegelsteine. Okay, gut. Leeren wir demnächst aus. So, dann geht es jetzt erstmal wieder zurück zur U-Bahn. Und diesmal in diese Richtung. So, hier kommt das nächste Haus hin. Da machen wir jetzt auch die Zäune hier wieder weg. Wir können da aber eigentlich auch mal zwei Zäune machen. Äh, zwei Häuser. So als Besonderheit. Oh nein, das war ja schon zu weit. So, der kommt weg. Das kommt mir aber jetzt auch wieder ein bisschen so schmal vor hier. Ich trau der Sache nicht. Ich laufe mal dahin und schaue mal danach, ob das größer ist. Da können wir ja schon mal die Mauer ziehen. Naja, so viel größer wirkt das aber auch nicht. Hier, das sieht alles in Flucht aus hier. Das ist auch komisch. Hm, naja. Und so. Naja. So und so. Ja doch, das ist so. Ist ungefähr genauso groß. Jetzt will ich aber dennoch versuchen, ob ich hier mal... So. Dann machen wir hier eine Lücke. So, dann muss ja der hier auch weg. Sind halt zwei kleine. Ja, okay. Machen wir das so. Machen wir die zwei getrennt hier so. Dann, äh... Äh, ja doch. Erstmal der Boden raus. Ja, das ist halt dann so. Müssen wir so machen. Und so. Und dann muss ich halt mit der normalen Spitzhacke den Rest machen. Aber ich muss da sowieso jetzt für eine Tür sorgen. Die eine Tür mache ich mal hier. So. Und die andere mache ich hier. So. Oh ja, und essen kann ich auch mal wieder was. Dann brauchen wir... ...das Holz. Wir brauchen Türen. Ähm... Schilder? Ja, erst später. Eher genau davon brauchen wir was. Und die Druckplatten... ...haben wir hier. So, das dahin. Dann hier Holz. So, das kommt wieder weg. Dann brauche ich hier eine Druckplatte. Daraus passt das schon. Und jetzt noch eine Tür. So, das wäre hier. Dann wieder Holz. Nee, doch nicht so. So, und... ...machen wir da hin. Genau, so. Dann brauchen wir... ...wieder Ziegel für die Mauern. Jetzt habe ich... Ah, nee, Moment. Dann mache ich das doch gleich. Die Türen können weg. Brauchen wir nicht mehr. Zumindest nicht mehr hier. Machen wir erst das hier fertig. Ach so, dann muss ja hier jetzt ein Fenster... Ja, Moment, so. Aber hier braucht kein Fenster hin. Ja, genau. Dann machen wir da auch keins hin. Ja, das sieht dann halt so aus. Jetzt habe ich da noch keine... ...noch keine Fackel hingesetzt. Dann machen wir da ein großes Fenster hin. Und dann kann da... Nee, da kann ja ein Fenster hin. Dann machen wir nur ein kleines hin. Nee, wir könnten da sogar zwei kleine hin machen. So und so. Genau. Dann kann ich ja gleich das Glas mit reinsetzen. So, das passt hier, genau. Und da zwei. Ja. Die sollten da sein. Ja, dann machen wir mal das Dach drauf. Ah, nee, da stehe ich ja drauf. Und dann kommt in der Mitte auch nur ein Glühstein rein. Oh, jetzt sind die Steine ausgegangen. Aber hier sind mehr. Wo ist die Tür? Er kann ja von innen machen. Da ist die Tür. Machen wir das gegenüber von der Tür. Das heißt, da soll sowas hin. Und da haben wir die... Der soll dann da hin. Hm, okay. So, dann machen wir das mal bei dem hier auch. Das hier kommt weg. Aber hier kann ich ja schon mal... Da außen was dran machen. Und dann auch hier und hier. Ja gut, da sind wir noch nicht so weit. Da in der Mitte kommt nichts hin. Das da kann... Weg. Ja gut, wir müssen jetzt komplett von vorne wieder bauen. Ja, da... Doch, das bleibt da so. Moment, so. Ach, was mache ich denn? Da kann auch eine Reihe komplett hingezogen werden. Dann machen wir das auch hier mit zwei Fenstern. So. Ja genau, da muss noch was hin. Ja. Da ist ein großes, da ist ein kleines Fenster. Ja, das sieht dann so aus. Gut. Habe ich da jetzt die Fenster eigentlich... Ja doch, da sind Fenster drin. So, da was hin, da was hin. Ähm, so. Ja, dann sind das zwei kleine Fenster her. Okay, ja, dann... So, dann muss ich da wieder hoch und für das Dach sorgen. Es ist natürlich jetzt eigentlich ziemlich unsinnig, hier ein Dach zu machen, weil das ja sowieso nicht von oben rein regnet oder sowas. Aber, ähm, ich will halt den Eindruck haben von Gebäuden. Und die brauchen... Also von einem geschlossenen Raum dann auch. Und das braucht dann natürlich ein Dach. Ach so, gegenüber der Tür. Ja, machen wir dann da hin. Ah, ich kann ja erst rein. So. So, Fenster haben wir überall da. Okay. Ähm, wir brauchen... Oh, da... Doch, da haben wir noch was. Da haben wir noch mehr. Okay. Ja, machen wir so. Und, äh... Und hier. Ja, und dann machen wir hier Kisten hin. So. Und auch hier. Alles voller Kisten. Dann brauchen wir noch Stühle. Machen wir... Orange. Ja, einfach so. Ah ja, und Bilder. Ein Bild... Ähm, wo haben wir die Bilder? Hier. Oh, da könnte sogar ein ganz großes hin. Da? Das würde mal passen hier. Ja, genau. So. Hier kann noch ein kleines hin. Mhm. Über die Tür kann auch noch ein kleines hin. Nee, ähm, verkehrt. Sah so komisch aus. Okay. Ja, das passt. Dann haben wir die Einrichtung hier schon. Oh, aber Moment mal. Licht außen noch. Und das Schild fehlt auch noch. Gerade habe ich es noch gesehen. Machen wir da und da hin. Und hier. Okay, ein Schild über der Tür. Und das haben wir... Ja, das ist da schon. Okay. Okay, so. Jetzt müssen wir natürlich noch hier für die Einrichtung sorgen. Und hier... Machen wir da irgendwas hin? Doch, da stellen wir einfach mal ein... Na, wo sind die denn hier? Ein paar davon hin. Ja, hier so. Das passt schon. Okay, dann brauchen wir jetzt wieder... ...das Holz hier. Ach so. Ja, okay. Dann ist das so. Dann kommt da nur ein oranger Sitz hin. Dann machen wir da hin. Dann die Kisten. Die können erstmal wieder weg. Muss ich dann halt wieder auffüllen. Ah ne, das passt so. Dann machen wir die auch hier noch hin. Ja, das genügt. Ich kann da ein breites Bild hin. Dann machen wir so ein... ...so ein kleines hin. Ach ja, hier. Da kann auch noch was hin. Ja, das reicht, würde ich sagen. Dann haben wir das eben auf diese Weise gemacht. So, jetzt müssen wir da vorne noch hin. Aber Moment, ich wollte ja noch was machen. Na, das... Ne, das machen wir das nächste Mal. Das lohnt sich nicht mehr. Habe ich denn da drin die Fackel vergessen? Ich glaube nicht, oder? Da habe ich auch gar keine reingesetzt. Nö, die war ja so klein. Ne, ne, da habe ich gar nicht erst was reingesetzt. Wir können hier weitermachen. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt noch kommen. Und dann lassen wir den Bahnsteig aus. Erstmal. Da habe ich was anderes vor. Und dann müssen wir hier noch zwei Häuser machen. Hm, okay. So, jetzt haben wir das hier. Da will ich auch gerne irgendwie... ...ein bisschen was anders machen. Achso, ja, ich kann das mal hier vorne zumachen. Oh, wir könnten mal... Oh ja, das ist eine schöne Idee. Wir machen einfach mal... ...hier eine Tür rein und... ...hier. Wir haben da zwei Eingänge. Aua, ja. So, wir gehen mal... Ach, mach mal hier. Wir könnten hier rückwärtig auch ein Fenster hinmachen. Und hier, so. Da war ein großes... Oder wir waren einfach... Oh ja, doch, genau. Das finde ich gut. Wir machen hier... ...ein großes Fenster hin. Und hier ein großes Fenster hin. Und der Rest bleibt so, ja. Da kommt dann die Tür hin. Da kommt auch eine Tür hin. Ja, und da... Ja, und da... Jetzt muss ich... Muss ich schauen. Da und da... Und dann machen wir hier zwei kleine Hände. Ja. Und dann machen wir hier... ...da und da zwei kleine... Ah, nee, das ist... Nee, das ist nicht gut. Wir machen das so und so. Dann kommen da zwei große hin... ...und in der Mitte ist eben ein kleines. Ja, okay. Schön. Dann kann ich ja auch gleich mal... ...wenn ich die Schilder jetzt schon habe... ...die Schilder dahin machen. Wir müssen auch den Boden noch machen. Habe ich nicht vergessen. So, hier. Dann machen wir doch gleich mal den Boden. Ja, mal schauen, wie lange wir... Ja, komm, den Boden können wir noch machen. Wir werden halt nicht fertig jetzt hiermit. Aber das macht nichts. So, schnell was hin. Dann kommt hier was hin. Warum sind diese Steine hier so komisch hier? Die sehen noch anders aus hier, die beiden hier. Und hier, glaube ich, ist auch einer, oder? Nee, weiß ich jetzt nicht. Ist das eben was Besonderes? Ah, ja. Es ist was Besonderes. Okay, gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Wo ist der hin? Da. So, dann machen wir erst mal diese hin. Schnell, den Boden will ich noch fertig machen. So. Nicht Stein. Ach, wir wollten ja auch mal ein anderes Holz machen. Okay, dann machen wir das auch noch. Ich packe mir dann gleich nochmal ein anderes Holz hin. Wir haben ja noch zwei Häuser zu machen. Und die Türen will ich auch. Oh ja, aber die Druckplatten eben so. So, und die Druckplatten hier. Okay, so. Die Fenster machen wir dann das nächste Mal. Jetzt will ich noch ins Lager gehen und anderes Holz einpacken. Schauen wir mal eben, was für Holz. Ficht. Achso, hier. Ah, das ist mir zu dunkel. Tropenholz. Ja, genau. Wir nehmen Tropenholz mit. Oh, wir nehmen aber auch davon was mit. Dann machen wir die anderen beiden Hütten in jeweils dieser Farbe hier. In diesem Holz. Okay, gut. Schnell wieder zurück. Da geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich laufe da jetzt eben noch hin. Oh, dann muss ich aber noch ein bisschen Glas reinmachen. Ja, genau. Da sind wir ja schon. Ja, guck mal hier. Da ist schon einer. Okay, ich muss hier Glas reinsetzen. Wo haben wir denn Glas? Jetzt sag bloß, wir haben... Doch, wir haben noch was. Zumindest bei den großen Fenstern. Ja, erstmal. So, und hier. Machen wir eben die Fenster noch komplett fertig. Nein, nicht dahin. Oh, nur noch vier. Da geht mir das Glas ja aus. Habe ich denn noch Glas da? Ich habe kein Glas mehr da. Okay, dann müssen wir noch Glas holen. Das will ich jetzt noch fertig machen. Buntglas hier. Das da. Da müssen wir uns wieder welches schneiden. Ja, okay, machen wir das. Das ist ja, glaube ich, recht ergiebig hier. Dann bringe ich diese Glasklötze wieder zurück hier. So. Aber jetzt muss ich wieder hinlaufen. Ähm, ja. War ja zum Glück nicht allzu weit. Na, da werden wir das nächste Mal auch diese Häuser fertig kriegen. Und dann wird es mal Zeit für eine andere Baustelle. Und da kommen wir dann hier und da eben wieder mal drauf zurück. Und so, jetzt haben wir zwar noch kein Dach, aber dafür kann auch da so nichts rein. So, so kann ich jetzt stehen bleiben. Dann werden wir beim nächsten Mal das Dach fertig machen. Und dann hier die anderen beiden. Dann ist das mit den Häusern mal komplett fertig. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Okay, liebe Leute, und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.